Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein, welcher seit 2017 für 23 Jahren wegen Vergewaltigung in Haft ist, bekam soeben eine Verlängerung von 16 Jahren. Harvey Weinsteins Verhaftung war 2017 ein wichtiger Meilenstein in der MeToo-Kampagne, denn mehr als 80 Frauen haben ihm damals öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Weinstein war Produzent von Filmen wie Pope Fiction, Ingrorious Bastard, Django Unchained, Der Herr der Ringe und vielen mehr. Mit seiner Haftstrafe auf 39 Jahre verlängert, liegt die Vermutung nicht fremd, dass der mittlerweile 70-jährige Harvey Weinstein den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird.